Musik Ich habe ja gelesen, die wollen ja komplett wegmachen, dass viele dort nicht inbauen lassen oder was? Naja, also die haben es versucht. Er hat es aus meinem mächtigen Elternbetest geblieben. Jetzt sind sie zusammen zurück, wo dann? Ich habe auch geschrieben. Da gab es schon eine Prägung. Na ja, ist das so. Also wir wollten nie sein Fest kriegen, die wir jetzt wieder mit mir erreichen können. Und wir haben ja auch. Die zwei Schülern. Ich habe 15-jährige Schülern dazu eine Tatsache ausmachen. Das ist ein bisschen ein System. Ich habe ja schon gemerkt, dass wir hier sind. Ich habe ja schon gemerkt, dass wir hier sind. Wir sind hier von fünf. Ich bin zusammen für ein Wille, aber es ist das mal... Ich habe schon super gesehen. Und deswegen bin ich ja... Ich habe ja schon gemerkt, dass wir ein Kotsdamer umgehen sollen. Manchmal wenden wir ja die Zeit. Kann man trotzdem so... Kann man trotzdem so stolz sein? Du brauchst so eine Füge zu machen. Ja? Ja? Kannst du mir jetzt nicht lieber für die Nasen mitmachen? Ich bin jetzt hier. Ja, ich bin jetzt hier. Hallo, komm da. Ja, komm. Ja, komm. Wir haben nur drei Schülern gehalten. Ja. 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 Nee. Ja, wir haben ja auch wieder mehr kaputt. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Untertitelung. BR 2018 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 In der Zwischenzeit sind die zwei Leute in der Minderheit gelegen. Sie haben noch die Stadt gebraucht, die ich hier nicht wirklich einseitiert haben. Und der Kollege hat die ganze Zahl aufgestanden, hat er wirklich einfach verletzt. Das heißt, so richtig, wenn er die Steppen verpasst hat. Und er hat sich dann so mit auf das Flüchtlinge ausgemacht. Er hat es dann, weil er immer gerne mal wieder mal als Frau verboten hat. Und er hat sich dann ein bisschen ausgestanden. Und er hat zwar dann noch ganz anders gemacht, hat sein Sohn gesagt, ich wollte wegen Wünschen nur Auerbach. Ich bin in der Schweiz gekommen, ich bin in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz gekommen. Dann waren wir leider wieder schon. Dann wollen wir zum Wiedersehen überleben und jetzt können wir uns überzeugen. Ja, stimmt. Der Beutel wird gehen. Ich habe einen schönen Tag. Zum Spaß mit dem, eine Veranstaltung zu machen. Ja. Binge. Ja. 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 Vielen Dank.